Ich begrüße euch heute recht herzlich vom Pfarrfest in Niedernerkirchen. Bei herrlichem Wetter trefft man sich heute hier zum gemütlichen Zusammensein. Elisabeth, hört man sich eh der Sommer, du bist die Pfarrassistentin in Niedernerkirchen. Und das heutige Pfarrfest ist ein öko-faires Fest. Was hat es damit auf sich und warum hat sich die Pfarrgemeinde dazu entschieden? Das öko-faire Fest ist eigentlich nur der Name, den wir jetzt auch als Aushängeschild ganz offen sagen. Es ist eigentlich nicht viel verändert, weil das war uns immer schon wichtig. Es war schon immer so, dass wir geschaut haben, Mehrweggeschirr, dass heimische Produkte verwendet werden, dass wir schauen, dass wenig Müll übrig bleibt, weil wenn man die Schöpfung als Gottesgeschenk sieht, dann muss man auch achtsam damit umgehen. Das ist uns immer schon ein Anliegen gewesen und heute haben wir uns das auch aufs Plakat geschrieben, einfach damit man das auch weiß. Wie wichtig ist so ein Pfarrfest für so einen kleinen Ort wie Niedernerkirchen? Für unsere Pfarrer ist das Pfarrfest ein ganz wichtiger Termin, weil es einfach darum geht, auch die Gemeinschaft zu stärken. In der Kirche haben wir schon unter dem Thema Netz, das mich trägt, gefeiert und heute wollen wir beim Fest auch dieses Netz der Gemeinschaft stärken, einfach im Beisammensein, im Miteinander plaudern, im Reden miteinander, und einfach das Genießen, dass man nicht alleine unterwegs ist, sondern dass wir zusammengehören. Bugner Petra, du bist zuständig für Ausschuss, Feste und Feiern in Niedernerkirchen. Das Pfarrfest wird ja heute unter öko-fairen Gesichtspunkten gefeiert. Was heißt das jetzt ganz konkret? Ja, öko-fair, das heißt wir nehmen Rücksicht, wir verwenden kein Plastik, wir haben Geschirrmobil mit Tongeschirr, wir verwenden Gläser, keine Plastikbecher, wir haben fair gehandelten Kaffee, wir verwenden die Hofsäfte aus unserem Ort, die unsere Bauern direkt produzieren, wir haben unsere Direktvermarkter da, die für uns kochen, Lamm, Fisch, Bäuschel, Bratwürstel, alles aus dem Ort, auch das Brot ist aus dem Ort von der Bäuerin gemacht. Ich begrüße bei mir den Pfarrgemeinderatsobmann Josef Mayer. Gestern war ja der Tag Peter und Paul und heute ist das Pfarrfest. Was hat das mit dem gestrigen Tag auf sich? Ja, in Niedernerkirchen ist es schon, ich glaube, Jahrhundertealte Tradition, dass am Sonntagnach Peter und Paul der Kiertag ist. Wie es in jedem Ort einen Kierer gibt, so war das auch in Niedernerkirchen und das hat in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen. Dadurch haben wir gesagt, schauen wir, ob wir das wieder ein bisschen erwecken können und machen wir da das Pfarrfest genau an den Tag. Und tatsächlich hat sich heute auch ein Standler, also ein Marktfahrer, eingefunden. Gabi, du bist vom Biohof Wild Obermeier. Was habt ihr heute zum Pfarrfest für Köstlichkeiten beigetragen? Ja, es gibt heute hervorragende Fleischspezialitäten von Fisch, Lamm etc. Und wir haben einfach mit unserem Gemüse beigetragen, mit dem Krautsalat. Bunt gemischt mit Paprika, mit Zwiebeln und eben, wie gesagt, das gehört einfach dazu, dass Fleisch so richtig köstlich wird. Christoph Gallner, Bürgermeister von Niedernerkirchen und gerne Koch. Du kochst heute für die Einwohner. Was gibt es bei dir für eine Spezialität? Bei mir gibt es heute ein herzhafte Spezial, beziehungsweise bei uns gibt es heute ein herzhafte Spezial. Eine klassische Hausmannskost aus Oberösterreich mit einem Semmegnädel dazu. Da eupert zusammen mit der Knödelwerkstatt Svenisch Gast mit dem Werner Dillie und sind das Genutztur in Oberösterreich, wo wir eben heute ein Spezial vom Schwein mit einem Semmegnädel anbieten. Was bietet gerne Koch sonst noch an? Wir haben eigentlich klassisch regionale Küche. Wir kaufen die ganzen Rohstoffe bei unserer Landwirte in der Umgebung. Fleisch kommt aus dem Familienbetrieb, Gemüse eben aus dem Gemüsehof Wild Obermeier und schauen eben nur wirklich regional einzukaufen. Kochen die Sachen selber, füllen sie in die Gläser ab, haben keine Konservierungsstoffe drin, keine Geschmacksverstärker und trotzdem sind unsere Gläser ungekühlt haltbar und haben von einer Rindsuppe über eine Kürbiskremssuppe, Rindgulasch, einen echten Gulaschsaft, eine Chili con carne, eben das Beispiel, was wir heute ausschenken und derzeit noch eine Curryküche, die gerade jetzt bei den Temperaturen ganz gut passt. Thomas Spindler, du hast eine Schäferei. Wie bist du auf das Schaf gekommen? Eigentlich nur durch Zufall, weil ich meine Wiesen verwerten wollte. Dann habe ich mal ein paar Schafe gehabt, dann sind es ein bisschen mehr waren und nicht mehr noch mehr. Dann ist die Direktvermarktung dazu gekommen und mittlerweile habe ich fast 300. Und was grillst du heute hier? Da gibt es heute Gemischtes vom Lamm, also Gegrilltes vom Lamm, von der Schulter, vom Schlögel, vom Rücken. Das ist ein Potpourri, das man einfach alles ein bisschen kosten kann. Ich sehe das auch ein bisschen als Werbung, dass ich einfach die Leute zubebringe zum Lamm, weil immer noch große Vorurteile herrschen. Das wird zwar immer weniger, aber es ist halt ständige Arbeit und es geht gut. Anna Perraus, ihr betreibt in Niedernerkirchen eine Fischzucht. Was bittet ihr heute an zu essen? Wir haben heute warm geräucherte Forellen mit. Also die haben wir gestern Abend abgeschlagen und sind über die Nacht ins Holzwasser eingelegt worden und ganz frisch geräuchert. Die habe ich um 4.10 Uhr vom Ofen aus, also frischer geht es wirklich nicht. Und natürlich heimisch. Georg Passenbrunner, du bist selbst Besitzer eines E-Autos und es gibt bereits auch einige andere Niedernerkirchnerinnen und Niedernerkirchner, die eines besitzen und fahren. Was habt ihr heute für ein Angebot für die Besucher vom Pfarrfest? Naja, wir spielen praktisch ein Heimbring, Taxi. Und wenn einer Bedarf hat, wenn er zu viel gekommen ist und er will dann da nicht mehr zu viel sein, weil es so heiß ist, dann finden wir mein Auto, mein E-Auto. Da sehe ich dir ein bisschen, wie das E-Auto geht, dass es wunderbar zu fahren ist und so kriegt ihr ein bisschen Kontakt mit der E-Mobilität. Da sehe ich dir ein bisschen, wie das E-Auto geht.